Herzlich Willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Ich vermute mal, dass da meine Übertaktung nicht ganz stabil war, wo ich dann nochmal nachgelegt habe. Weil das Spiel anscheinend gut auf einem Kern läuft. Ich habe jetzt mit Easy Tools das Ganze mal fest auf einen Kern gelegt und es scheint auch super zu rennen. Also das braucht nicht so viel CPU-Power, definitiv nicht. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir weiterspielen können. Los geht's, Archers. Für unsere Kompliment zurück zu vollen Kraft, Fleet Command hat die TCS Langley, eine Überzeugung des Hellespot Disaster, zu transfert ihre Kompliment remainingen Kompliment zu uns, bevor sie weiterentwickelt in Seoul. Langley hat sie bereits in die Systeme, und macht sie die beste Speed für die Rendezvous. Command will sie nicht mehr in die Systeme sein, als sie braucht. Die Brass will ihre Repairs beginnt prompt, damit sie wiederholen die Kampf. Wir müssen die Transfer überprüfen und sicher, dass es weitergeht ohne Hitsch. Die meisten unserer Eskorte sind entdeckend auf die Repairs auf Proxima Base, oder steckend auf die Blak-Main-Jump-Point. Also, unsere Begründung der Begründung ist wichtig. Also, es geht nicht um die Situation, dass die Kampfhörter durchgebracht werden, sehr stark auf Schmerz. Langley hat einfach nicht die Ressourcen. Also, wir bekommen eine zweite Hand-Märchandise, die in einer Situation verwendet werden, bis unsere Mechaniker können ihre Hand nehmen. Alpha wird aus Sandman, Assassin, und Ninja, mit mir in der Leitung. Wir gehen nach Nav-1 und mit Langley mit Langley, um sie zurück zu Hermes. Once the Langley is rendezvoused with the Hermes, she will transfer over fighters and pilots. Once complete, the Langley will leave the system, and we will make preparations to get underway. Even with those cruisers the Armageddon trashed this morning, Intel still believes there are significant cat forces in the system. Stay on your toes. Dismissed. Okay. Strassen, escortieren. Okay. You are cleared for launch. Good. Let's head to Nav-1. Langley should get the arrow. Okay. Let's do it. Proceed to the next wait point. Now, that's the journey. Okay. 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 There she is, the TCS Langley. Jesus. Looks like the entire flight deck's been cooked. It's been a while, Gearheart. Still flying those frail pieces of junk. I can still fly rigged around you. Yeah. I can still outgun you. Who are these guys? The Tsunami is one of the best thugginess in the fleet. Elite status, commendations galore. That didn't seem to impress the cats in Hellspot. I heard that, you snort-nosed little bastard. Gearheart, you better keep your boy in check or I'll impress the armor right off his hull with a few trigger squeezes. Mm-hmm. Even if the second lieutenant is missing the filter between his mouth and brain, he has a point. What the hell happened out there, Kim? Hellspot was a complete slaughter. Two heavy carriers and their battle groups came from two choke points simultaneously. We were simply outblast. The cow pens went down really fast. We lost the rest of our horse in the retreat. The language has all been cleared. All the hybrid link established. Proceed to the next waypoint. Okay. Well then. Let's code here. Hmm. So. This is the Langley. Ready to start the transfer, Ernie. We'll close the menu today, Langley. Our hangar deck has a mighty hunger. Oh, we're transferring over nine arrows, eleven Hellcats, six Thunderbolts, and five Longbows. They've seen better days, but it shouldn't be anything your mechanics can't handle. Sorry, but we'll keep the tsunamis. Nothing personal. They've saved our horses too many times to give them up. Don't worry, Langley. We understand. Okay. 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 So we're starting. We're trying to get the target target. We got pets. We join the party! Yeah. Well, come on here. We're gonna get a bomb here. dann werde er verledigt ich habe einen Fückelsort hier ich habe einen Fückelsort hier Da kommen die Nächsten. Gleich auf Angriff hier. Ja, das wird nichts. Aber so wäre das was. Das war's. Auch erledigt soweit. Keine Gegner vorhanden, ja. Da kommen die Nächsten. Keine Raketen mehr. Vielleicht einige davon sinnvoller einsetzen können, aber na gut. Da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Nehmen wir uns die schön ein nach dem anderen vor. Da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Da stört keiner vielleicht nicht verkehrt. Da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Aber wahrscheinlich mehr davon. Ja, da sind die nämlich schon zerhauen. Soweit ich das sehe auf dem Radar. Da kommen die Nächsten. 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 Das läuft eigentlich ganz gut bis hier hin. Noch mal welche. Ja, 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 ja. Okay. Komm. Das ist ja wirklich ein paar Stoff. Das ist ja wirklich ein paar Stoff. Das ist ja gut. Ja, den hab ich wohl erwischt, volle Breitseite. Die Lücke hier von meiner Nase oder was? Mann, das ist aber ungünstig. Der gibt's oder was? Ist doch gut hier, schau mal. Vor meiner Nase, ja. Meine Leute angreifen, das nicht. Ich werde hier gegrillt hier. Ich komme halt demnächst irgendwo dahinten, gleich wieder ran hier. Ja, das schießt noch nicht. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. 13 Abschüsse. Naja, da kommen schon wieder die Nächsten. Gleich wieder hingleiten. Ja, den hab ich wohl gekriegt. Ich treffe es auch nicht. Ich kann mich nicht nur leben. Ich kann mich nicht nur leben. Lichten wir kriegen. Ich kann mich nicht nur leben. Ich kann mich nicht nur leben. Ich kann mich nicht nur leben. Ich kann mich nicht nur leben, sondern auch leben. Oh mein Gott. Was ist eigentlich auch immer so? Da kommen die nächsten. Gleich wieder drauf hier. Da machen wir schon mal einen. Der ist dann auch hinüber. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Stabil ist ja wieder alles. Das ist schön. Aber ja, eigentlich von der Zeit her kann diese Mission langsam mal zum Ende kommen. So langsam. So. 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 Jetzt kommen Bomber. Na klasse. Jetzt geht es erst zur Sache hier eigentlich. Okay. Jetzt gehen wir ja noch mal problemchen. Ich weiß nicht mehr, wir haben uns im Weg. Wir haben uns mit ihm und die Olympianehmen. Wir haben uns in der Beine ges entscht. Zand man, ninja, zwei Autos gehen und gehen. Mit der Beine beherren, wir müssen das verbären. Wir haben die Bomber und ich überrascht. Ja, vor dem wir. Und? Das stimmt. Ich finde, wir sind immer auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bundesziel abgeschlossen, wow Kann ich ja so schlecht gar nicht sein, oder? Ja, bei dem Fall ist T-Tracker wieder eine gute Idee anscheinend Halt mal hier mal drauf Ja, bei dem Fall ist T-Tracker wieder eine gute Idee Triebwerke sind halt schon mal hin Das ist eine gute Idee, die wir jetzt haben Tja, haben wir das reingeschafft? Ja, das ist gut. Dann landen wir mal. Das ist gut, dass wir uns in der Krieg für ein Zeitpunkt haben. Die Mechanikler arbeiten um die Zeit, um sie bereit zu werden. Das Licht-Karriere, das wir heute verletzten, war definitiv die Kurathis-Base von Operationen in Proxima. Die Kurathis-Base in diesem System sollte jetzt nach Zero sein. Der Armageddon wird von hier ausgehen. Wir sind auf den Weg nach Black Main, wo wir unsere neue Orte bekommen. Bis zum nächsten Mal, Piloten. Wir sind auf die Roteation für weitere 24 Stunden. Dismissed. Dismissed. Jo. Und dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge, wenn ich Commander sage. Bis dann.